Yo meine Freunde, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video, Freunde. Freunde, ich bin gerade im Auto und bevor mein Bruder gleich spontan zum Auto kommt, habe ich mir überlegt, ich pointe mal kurz. Und zwar habe ich hier eine Michael Myers Maske, Leute, wie ihr sehen könnt hier. Und damit werde ich gleich nach hinten gehen. Und wenn er gleich hier zum Auto steigt, werde ich ihn von hinten richtig geil erschrecken. Weil wer denkt sich schon, wenn er in sein eigenes Auto steigt, dass irgendeiner hinter ihn ist? So Freunde, versteht ihr, was ich meine? Ich werde meinen Bruder jetzt anrufen und sagen, er soll schnell zu irgendeinem Punkt kommen und er wird dann schnell natürlich ins Auto steigen und dann werde ich ihn von hinten halt erschrecken. Und ich bin richtig gespannt, Freunde. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und ich würde sagen, let's go. Geht doch ran. Hallo. Mehmet. Ja. Ey Mehmet, komm mal schnell zum Kesselbrett, bitte. Komm mal schnell. Warum? Komm mal bitte, Mehmet. Mehmet, ich muss dir das erzählen. Mehmet, komm schnell, es ist schlimm, es ist passiert. Mehmet, bitte. Mehmet, bitte, komm jetzt mal. Was für liegen, Junge. Ich bin gerade, keine Ahnung, Mehmet. Ich sag zu dir, komm, du sagst, ich bin am liegen. Was bist du für ein Bruder? Komm jetzt. Ich meine das ernst, ey. Ja, ich meine das auch ernst. Ja, komm jetzt. Ich liege gerade im Bett und wo Kesselbrett ist ein Kilometer von uns entfernt. Ja, Mehmet, du musst unbedingt kommen, Alter. Ich mache dir auch keinen Spaß, Junge. Bist du dumm? Komm jetzt, Mann. Mehmet, Junge, Mehmet, komm jetzt, Mann. Okay, kommst du? Wom redest du so, Mann? Mehmet, kommst du, Mann? Ja, okay, okay, komm jetzt, okay? Ja, okay, Alter, ich komm jetzt. Freunde, er kommt jetzt. Also, er ist gerade zu Hause und ich steig jetzt nach hinten. Ich positioniere kurz die Kamera. Warte. Ich muss hier alles lichtreich ausmachen. Wartet, Freunde. Wartet. So. Wartet, Freunde. Er wird jetzt von zu Hause auf jeden Fall kommen. Nein, die Kamera steht nicht gut, Mann. Ich hoffe, man sieht was. Sieht man mich? Ja, bestimmt. So. Wenn er von hier einsteigt. So. Ich bin da hinten. Ich mache so. Warte. Warte. Freunde, wenn das nicht krass aussieht, ne? Dann weiß ich auch nicht. Ich muss jetzt schnell nach hinten einsteigen. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich hört. Und let's beginn. Freunde, jetzt könnt ihr mich noch sehen. Ich werde gleich das Licht ausmachen, weil wenn ich das Licht anhabe, dann wird er mich sehen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Freunde, ich warte jetzt, bis er kommt. Leute, ich habe ihn angerufen, damit er schnell sein soll. Er ist immer noch nicht da. Ich warte noch ein bisschen. Ich muss mich jetzt bücken. Und bis gleich, Leute. Tschau. Wer bist du? Wer bist du? Oh, ey, hol mir mit, Mann. Mal in den Kopf, du Esel, Alter. Was machst du? Junge, willst du verarschen? Jetzt kommst du Kessibui. Boah, warte, mir ist so warm geworden. Ey, entziehen meine Maske weg, Digga. Ich denke, was passiert hier? Ey, Leute, kennt ihr das? It's a prank, Junge. Ey, warte. Ey, sei mal ehrlich. Was für ein Gefühl war das, Digga? Sei mal ehrlich, wenn man so einen Kopf auf einmal sieht. Junge, ich war mit meiner Freundin in Halloween. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Auf jeden Fall folgt uns auf Instagram. Hier, eine Maske. Guck mal, wie das aussieht, Mann. Wie du meinen Kopf weggezogen hast. Boah, wie die aussieht. Überlegt euch mal. Es war vor kurzem Halloween. Meike Meyers läuft durch die Gegend und auf einmal seht ihr sowas. Auf einmal. Und wenn ihr davor noch ins Kino gegangen seid. Ey, du hast dich richtig in die Hose geschissen. Ey, wie der, wir waren trieb. Der Junge schreit hier rum. Freunde, wenn ihr weitere Poems sehen wollt, wie ich meinen Bruder poenke, zum Beispiel mit dieser Maske oder mit anderen Masken, dann müsst ihr auf jeden Fall wieder einen Daumen nach oben geben und uns abonnieren. Und, ähm, schreib mal, was ich als nächstes machen soll. Oder vielleicht freut mich mein Bruder. Aber das werde ich bestimmt ein bisschen... Du, wir sehen, Alter. Ja, einen auf den du willst. Du, wir sehen. Jeder Zweite. Du, wir sehen. Du, wir sehen. Ich sehe gar nichts, Digga. Verstehst du, was ich meine? Warte, du mach so. Okay. Freunde, und vergisst uns nicht, auf Instagram zu folgen und sonst würde ich sagen, wie hat es dir gefallen? War geil? Junge, ich war am liegen. Der Junge war schon am liegen. Ich bin von Arbeit gekommen. Ey, du hast so reingekackt, ne? Mehr kann ich dazu nicht sagen. So unnötig. Okay, tammau, Freunde. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video und peace. Peace.